So, die Super Gemini Doppelschlagraketen von Funke, jetzt wo wir eben die normalen Geminis hatten, dieses Design, dieses Design einfach. Ich würde gerne aufmachen. Ich finde das ist an sich ein relativ simples Design, aber es ist trotzdem richtig schön. Ja, auf jeden Fall. Ganz kurz, ich finde auch irgendwie die Schriftart hier von dem Gemini richtig schön. Für eine Rädeschriftart. Ja. Und hier das Fahrgustesign. Sehr simpel, aber sehr schön. Das machen wir natürlich jetzt alle. Hier mal zum Ständer. Corolla und Rot, das sind jetzt... Ne, Corolla und Blink, aber in Rot. Ich denke, wenn wir mal gucken. Die gleiche dann nochmal. Was ist jetzt genau der Unterschied zwischen den normalen Gemini und dem hier? Das wünschte ich auch gerne. Der Preis. Irgendjemand hat das mal gesagt. Es gibt einen ganz kleinen Unterschied, aber ich weiß es nicht mehr genau. Aber wir werden es jetzt mal sehen. Ja. Hast du eben eigentlich den Schwenk gemacht bei den anderen? Äh... Ne. Glaube nicht. Glaube nicht. Weißt du ja, wie wir das nochmal machen. Das ist doch nicht doof, ne? Schande über mein Haupt. Ja, ja. Obwohl keine Schande, dann machen wir sie nochmal. Ich weiß schon, warum ich das nicht gemacht habe. Ja, ja. Oh. Ja, na. Hier ist ja nichts ohne Grund. Nope. Das war die... Steiger, die Q-Play hier. Brocard Blink. Und hier haben wir den Duplex Cracker. Ah, passt in dem Stab auf. Oh. Weißt du, ich kann mit so langen Schräden, kann ich nicht so gut umgehen. Also da hinten hat auf jeden Fall auch jemand sehr viel Spaß. Da hat jemand sehr viel Spaß. Der zündet zwar wohl nur Böller, aber... Ja, trotzdem. Trotzdem. So, jetzt aber mal. Ah, die sind so groß. Corolla Blink. Die sind größer auch wie die anderen. Ja. Was ein Anblick. Fangen wir an mit der Corolla Blink. Oh. Jetzt bin ich richtig gespannt. Ja. Oh. Oh. Was jetzt der Unterschied war, vielleicht war es so eine Ausflugung, was so eine Ausflugung. Das kann sein. So, nochmal. Dann kommt gleich eine Ausflug. Ich hab hier noch. Jo. Ja. Ja. So. So, jetzt die Super Gemini Brokat Blink in Grün. Kann es sein, dass die eine größere Ausbreitung haben? Ich glaube die auch. Und die nächste. Ich glaube die haben eine größere Ausbreitung. Top Teile. Für 20 Gramm Doppelschlag. Mega. Duplex Cracker. Richtig schön. Traumhaft schön. Richtig schöne Raketen. Top. Ja. Und wenn die jetzt schon stehen, dann machen wir sie natürlich nochmal. Duplex Cracker. Ui. Huuui. Du hast ihn auch so geil. Junge Junge. Du hast ihn auch so geil. Korolla Rot Blinker Also die anderen hatten die Super-Ingenie auf jeden Fall nicht diesen Aufstieg Ja, ja Das war ganz normal Du fällst polis Kaffeele Brak hart Grün Blinker Ich will der Brenner nicht mehr Ne Ja Und da fällt er noch Und zum Abschluss nochmal die Gold und Blau Das war 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 Das war